Und ich sage Hallo und ein ganz ganz herzliches Willkommen. Mein Name ist Damakasch und dies ist ein kleines Infovideo. Ich habe eine neue Aktion auf meinem Kanal ins Leben gerufen, an der jeder mitmachen kann. Wie du vielleicht weißt, schaue ich mir sehr gerne Videos auf YouTube an, aber bei so vielen tollen Menschen und noch mehr tollen Videos kann es natürlich sein, dass man die eine ganz besondere Perle übersieht. Deswegen habe ich jetzt eine Playlist erstellt, die jeder bearbeiten kann. Dazu musst du nur auf den Link klicken, den du unten in der Infobox findest. Diese Playlist ist jeden Samstag öffentlich. Das bedeutet, an jedem Samstag kannst du mir ein Video in diese Playlist tun, von dem du denkst, dass ich es unbedingt gesehen haben sollte. Egal ob Vlog, Let's Play oder Comedy, Musik, vollkommen wurscht, zeig mir einfach, was dir gefällt. Es ist auch egal, ob das Video von dir selbst ist oder vielleicht von jemandem ganz anders, den du einfach cool findest. Ich werde mir dann im Laufe der Woche so viele Videos davon anschauen, wie ich kann und diese Videos natürlich auch kommentieren und auf den Social Media Plattformen wie Facebook und Twitter teilen. Außerdem ist die Playlist auf meiner Kanalstartseite zu sehen, so dass hoffentlich ganz viele Leute auf die tollen Videos aufmerksam werden. Und nein, ich erwarte dafür keine Gegenleistung. Du musst mich nicht abonnieren, du musst von mir keine Videos schauen und du musst auch nichts liken. Aber bitte sei fair und spam die Playlist nicht mit zig Videos von dir selbst zu. Das würde ich dann nämlich sofort löschen und dich auch für meinen Kanal komplett sperren. Jetzt freue ich mich aber über eure Einsendung und ich freue mich auf eine Woche voller toller Videos. Ich hoffe, ihr habt Spaß an der Aktion und findet es auch cool. Wenn ja, dann sagt es gerne weiter, damit ganz ganz viele Leute da mitmachen können, damit ganz ganz viele coole Videos bei mir landen. Und jetzt wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.